Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Dust, hier euer Ding am Start. Ich habe gegrindet, weil ich die Schnauze voll hatte. Wir haben eigentlich nur einen coolen neuen Ring. Ich habe ein bisschen Futter gesammelt. Hier haben wir ein bisschen Futter-Stuff. Und ich habe mir Mitrians Upgrade geholt. Wir haben plus 800 Angriff und mal zwei Fidget-Scheiße. Das heißt, wir haben bis 2000 Leben knapp und wir sollten das jetzt... Ich hoffe, hoffe... Wartet mal eine Sekunde. Wieso sind wir jetzt wieder hier? Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Senpai, ich glaube, ihr habt nicht verstanden, ich bin zu meinem Typen da. Wow, wow, wow. So, kann ich mich hier irgendwo wegporten? Nicht, nicht Karte. Oder Karte? Nein, man. Ich kann nicht porten. Oh mein Gott, wir müssen bis da hinten hin laufen wieder. For real? Oh mein Gott, wir müssen wieder da hin laufen, Leute. Oh mein Gott, ich habe mich schon so übergeil gefühlt. Okay, egal, wir testen einfach die Waffen, die wir jetzt haben. Okay. Das war's für heute. Das geht schon wieder behindert los, Leute. Und ich bin tot. Jawohl, alter. Erster Death. Stein der Wiederbelebung wird sofort gewastet, alter. Ja, geil, Mann. Ich dachte, ich heb mir die Dinge auf. Aber nee, nee. Ist wohl nicht so. Na klar, das trifft mich einfach. Jetzt, das gibt's ja nicht. Jetzt müssen wir wieder hier durch, Leute. Das war doch gar nicht der Plan. Der Plan war einfach, locker flockig jetzt hier zum Boss zu gehen, den wegzuschnetzeln und dann sagen wir See ya. Meine Fresse, ey. Jetzt sind wir hier. Ja, hier waren wir doch schon mal, alter. Ich verstehe jetzt nicht ganz. Warte, ich hab was vor. Warte, ich hab was vor. Warte, ich hab was vor. Aber selbst wenn ich das ganze zu euch verkaufe, ne, bringt mir das ja gar nix. Ich weiß gerade auch echt gar nicht, wo ich bin. Ich bin super konfust. Ich lass mal die Kiste hochmachen, ne. Paar Burger, ein bisschen Geld, na, also. Och, alter. Siggi, na, Siggi. Och, ne, Leute. Jetzt, das hat mich jetzt kurz verwirrt, der Spast. mit dem hab ich absolut fucking not gerechnet. Alter, was für ein Wichser, der hat mich da rein. Ich will nicht andauernd diese Scheiße benutzen, man. zur Seite mit dir. Fettes Stück Scheiße, ey. Ich will nicht. dank vielen dank wie lieb von dir jawoll speicherpunkt speichern wir hier mal dick die scheiße ab alter damit wir immer schön hier wieder her kommen wenn irgendetwas nicht so passt wie es eigentlich sein sollte wie viel roter sondern null alter geil das war mein letzter na klasse muss ich wieder da hoch alter leute da waren wir doch schon mal so eine scheiße aber auch jetzt können wir die scheiße noch mal machen ich glaube diesmal jetzt besser viel besser und wenn nicht dann mache ich das einfach so lange bis zur nächsten folge bis ich das geschafft habe und dann machen wir nur noch den boss fight bei der gewisse normal machen wir können uns doch nicht einfach so hinkorten skandal nein auch scheiße das ding ist ja eigentlich kaputt ach so weil wir das eine nicht kaputt ähm natürlich Aber easy, Alter. Bis jetzt ist groß. Wie ihr seht, da geht er da unten. Oh, Levelaufstieg, Bitches. Ja, das ist schon Level 31, Alter. Ich glaube, 4 Level haben wir gegrindet oder so. Das war auch bitter nötig hier, Alter. Ja, das ist schon mal. Ja, das ist schon mal. Ja, das ist schon mal. Ich heele einfach direkt alles weg. Das ist schon mal. Ja ja, da werden sie weggenutzt Bis hier los Bitte gehen sie down Nice Und jetzt gebt ihr mir ein Militär-Upgrade, der Wichser Ganz ehrlich, fick dich, ich brauche das jetzt nicht Ich bin jetzt noch nicht Das war's. Das war's. Yes, 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 yes. Oh, 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 yes. Oh. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh. Oh, yes. Ach, easy. Da gehen wir durch die Burra, würde ich sagen. Und durch den Gegner hier. Na also, easy peasy ey, das geht doch jetzt hier ganz einfach ein bisschen Grinden, D-Stud, paar Items basteln und so und dann wird da auch schnell rasiert der Gegner. Please don't talk to me. Das passt mir nicht, Alter, diese scheiß Dinger da oben im Himmel. Das ist das einzige, was mich richtig aufregt im Bosskampf jetzt. Der Bosskampf war sweet, das mit den Kugeln ist nice, aber das ist wiederum scheiße mit den Dingen. Das passt mir gar nicht ins Bild. Ganz ehrlich, nee. Ich scheiße. Ich scheiße. Ich scheiße. Ich scheiße. Oh, Alter, wie viel Damage, Alter. Nein, stand ich da drin, Alter. Ja, scheiße. Die! Komm schon still. Oh, nochmal! Oh, fuck's it. Letztes Mal jetzt aber, man. Was ist das für eine Scheiße, man? Because you have a small penis. You are destroying this world, Gaius. You and your soldiers cannot be allowed to continue your campaign. This world belongs to the strong, Cassius. It belongs to us. I remember everything, and it doesn't change anything. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, seine Soldaten gehen mir so auf die Eier, man. Komm schon, komm schon, komm schon. Konzentration 150%. Yes! Oh, fuck. Wehe, noch einmal. Ich hab keinen Bock noch einmal. Dreimal ist genug. Alter, halt, das war noch einmal. Oh, really? Oh, Alter. Ich spüre, treibt es hier. Nein, das ist... Ich fall da andauernd rein in diese Scheiße. Nein! Oh mein Gott, jetzt bin ich da reingefallen! Ich werde das verlieren. Oh mein Gott, ich werde das verlieren. Ich will das aber nicht verlieren. Das ist das Ding. Er blockt mich. Und dann... Das ist so ein Hurensohn. Er macht die Kugeln. Er blockt mich. Fick deine Mutter, du Wichser, Mann. Ey, jetzt kann ich die ganze Scheiße nochmal machen. Man muss diesen Gegner einfach 10.000 Mal besiegen. Okay, wir besiegen diesen Gegner jetzt in der nächsten Folge. Weil er einfach richtig fucking dumm ist. Abgestempelt als einer der dümmsten Gegner im ganzen Gaming-Universum. Und richtige AIDS-Gegner einfach nur. Bis zur nächsten Folge.